Musik Howdy und Willkommen Zurück liebe Freunde Geht weiter Jetzt muss ich hier nochmal diese ganzen Lustigen Viecherchens hier erledigen Wenn sie denn mal ankommen würden Komm her, hier drüben bin ich Komm her Na was ist denn Ja, hier Das war Nummer 1 Da kam doch gleich noch einer Da kümpt er Mann Es ist zum Heulen Ja Ihr habt eine größere Reichweite Das ist unfair Das ist zum Kotzen Ist das doch hier langsam Ernsthaft Äh, ne So wolltet das machen Und So Wir haben überlegen Nimm ich vielleicht doch so ne blöde Axt Aber Erstmal sind die alt Eisenschild Und das bringt Goa nix Aber die bringt was Plus elf Hm Habe ich die jetzt ausgerüstet? Ja Die ist natürlich Echt ein bisschen lahm Habe ich jetzt noch das Feuer? Ne Aber ich kann blocken Hm Das ist mir jetzt ein bisschen komisch hier Was mache ich am besten? Ich würde ja gerne das Feuer behalten Weil das Feuer ist gar nicht mal so blöd Aber die ist natürlich ein bisschen geiler jetzt, ne? Die hat genau 20 Vielleicht brauche ich unbedingt eine bessere Waffe, ey Das ist ja unglaublich So blockig Alles klar So, dann laufen wir gleich hier rüber Na Von hinten auch noch Alter Ich hab nicht gesehen, was ich getan habe Ernsthaft Ich hab's nicht gesehen Was ist das? Altes Schwert Nö, will ich gar nicht Was ist denn hier los? Was ist denn hier los? Sag mal Alte Nordpfeile Hm Ich hab nur Begrenzte Jetzt Äh Hier Alter Nordbogen Alte Kriegsachs Das ist schön Ich hab's nicht gesehen, wie ich das hier losgucken Ich hab's nicht gesehen, wie ich das hier losgucken Ich brauche mal ein Licht hier. Ach, ich habe noch gar nicht die blöde Fackel ausgerüstet hier. So, wo haben wir sie? Auf Favoriten legen. Dankeschön. So. Hier können wir nichts großartig. Da ist eine Kiste. Ah! Da ist eine Kiste. Lass mich doch hin. Ich will zu der Kiste. Mann, nun lass mich doch da hin zu der Kiste. Ah, super. Nein! Willst du mich verarschen? Der war doch... Boah. Fucken Scheiß. 23 Ausdauerheilung. Eisenpfeile. Wunderbar. Da liegt noch eine Leiche. Da komme ich aber nicht ran. Verfluchte Tat. Muss mal Leichen plündern. So, jetzt muss ich mal gucken, wie ich da durchkomme. Tö, tö, tö. Tö, tö, tö. Ziele fliehen für 30 Sekunden. Was ist das? Was ist denn das? Haha. Ist da hinten irgendwas, wo ich das mit ausstellen kann? Oh Gott. Hier ist... Nix, ne? Ich speile schon mal hier. Weil ich nämlich... so ganz blöde das Gefühl habe, dass ich hier nämlich abkacken werde. Sag ich doch. Au. Naja, das haben wir so mit Ach und Krach eben geschafft. Puh. Was willst du machen, ne? Ja, will hier noch wer aufstehen? Nö, dann renne ich mal durch. Da steht wer auf. Finde ich klasse. Geh weg! Ah, diese Viecher. Unglaublich ist das. Unglaublich. Okay, der hat... Zwar ein bisschen mehr Angriffspower, aber... Das sind Zweihänder und damit wieder ein bisschen lahmarschiger. Ich hasse lahmarschige Waffen, ohne Scheiß. Ach, gucke mal. Ui. What the fuck? Was war das? Wie viele kommen da noch? Das reicht's aber auch mal, ne? Das Berserkers, aha. Granatstein. Eure blöden Waffen könnt ihr von mir aus behalten. Will ich nicht. So, noch wer ohne Fahrschein hier? Hm, hm, hm. Was ist das eigentlich für ein komisches Dings hier, ey? Wer macht denn sowas? Wer baut sowas eigentlich? Äh. Interessiert mich nicht, was du laberst? Geh weg. Geh mal wieder eine Runde schlafen. So, wer noch? Naja, scheint schon ein bisschen länger hier alles so zu sein. Aha. Ach, gucke mal. Warum denn auch klauen? Ich kann den mir ja jetzt hier auch so nehmen. Okay, da ist nischt. Hier ist auch nischt. Tja, ich würde mal sagen, wir müssen denn hier durch, hm? Ab durchs Wasser. Da weiß ich noch, bin ich mal hängen geblieben. Das war nicht so schön. Also, wie gesagt, ich bin, hab ja schon bis zu einer gewissen Stelle gespielt. Das ist aber schon eine Weile her und ich vergesse auch sowas immer ganz schnell wieder. Wie das dann alles so gewesen ist und wie und wie und überhaupt. Und von daher ist das immer wieder ein neues Abenteuer für mich, wenn ich sowas spiele hier. Ich kenne weder die Wege, ich kann mich dann nur immer noch so schämhaft an manche Situationen erinnern. Aber zum größten Teil spiele ich das dann immer noch wieder blind. Oh, da unten, glaube ich, war auch irgendwas gewesen. Ich will jetzt mal die Schimmerpilze einsammeln. Gib mir die Schimmerpilze, komm. Da steht eine Truhe, aber gib mir einfach mal die Schwamme. Okay. Rolle der Schreckenzombies. Und das? Okay, auch nicht schlecht. Ich glaube, da war irgendwie so ein... Ne, da läuft so ein Viech rum, so ein Skelettmann. Ja, ist ja alles schön, ist ja alles schön. Dann gehen wir mal hier weiter. Was ist das hier? Nix. War hier nicht irgendwie mal Erzen abklöppeln? Hm. Mir war auf jeden Fall mal so... Ach, erstmal Schwammel suchen. Schwammel. Und irgendwie habe ich eine neue Stufe, sagst du, ne? Gesundheit, Magiker oder Ausdauer? Magiker ist... Warum ist das? 85. Machen wir mal Magiker ein bisschen. Da läuft was. Da kommt was auf mich zu, würde ich sagen. Es wird dunkel. Ja, komm. Guck dir das an. Habe ich das nicht schön gemacht? Ich bin ganz von den Socken hier. Äh. Ist irgendwie so ein Skelett. Ich weiß nicht, ob ich da runter möchte. War da unten irgendwas? Man weiß es nicht so genau. Eine Truhe. Truhen sind ja an und für sich immer ganz gut. Ich habe nur keine Lust, dass hier gleich irgendwas... Skiwerschwanz, ja. Na, ich möchte die Truhe aufschließen, wenn ich das denn bitte schön darf. Nein. Nein. Hm. So. Pelzschild. Ist ja auch immer super viel geiles Zeug drin, muss ich ja mal sagen. Knochen-Mehl. Uiuiui. Naja. Ganz viele Schimmerpilze. Gucke mal. Die kann man bestimmt noch für irgendwas brauchen. Äh. Nimm das da hin. Nimm das da hin, habe ich gesagt. Buh. Ist doch nicht zu fassen, oder? Manchmal ist diese Steuerung aber auch nicht so das Wahre hier. Söchen. Schimmerpilze eingesammelt. Wenn man schon mal in so einer Höhle ist, muss man ja auch nehmen, was man kriegen kann. Ach Gott, wie weit geht das hier eigentlich noch? Ich... Das ist gar nicht mehr so groß in Erinnerung, muss ich ja mal ganz ehrlich sagen. Leintuch. Ach, das euer Leintuch kannst du dir in den Hintern propeln von mir aus. Was haben wir denn da? Ein Trank. Alles umrempeln? Ach, du heilige Scheiße. Ah, da kommt schon wieder so einer angewackelt. Hat der mich schon gesehen? Nee, der hat mich noch nicht gesehen. Na, du musst auch treffen, du olle Schnalle. Jesus, Maria und Josef. Ja. Freut mich. Freut mich. So, ich denke mal, da müssen wir rinnen, wa? Den plündern wir noch. Zweihänder. Kannst du dir ja sonst wo hinpopeln. So. Gibt es da sonst noch was Schönes? Nein, 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 nein. Hier ist auch nichts mehr. Nichts. Nichts dergleichen. Gut. Jo. Dann bedanke ich mich erstmal wieder fürs Zugucken. Und was sich hinter diesem schönen Tor verbirgt. Das sehen wir uns in der nächsten Folge an. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.